Herzlich willkommen zum 1 zu 1 Talk. Und das ist eine ganz, ganz besondere Premiere, denn in unserem Studio hatten wir bisher noch keine Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Und das ist Melanie Beringer, die Kapitänin der Bayern-Frauen. Herzlich willkommen. Hallo. Vor fünf Wochen bist du operiert worden am Knie. Wie weit bist du? Wie weit lief die Reha? Also ich bin momentan noch in der Reha. Fange jetzt die Woche wahrscheinlich schon ein Teil an mit der Mannschaft. Also ich bin super im Plan. Es lief alles sehr, sehr gut nach der OP. Ich hatte nie ein dickes Knie, hatte volle Beweglichkeit. Also deshalb läuft wirklich alles richtig gut und ich bin auf einem richtig guten Weg. Dann wirst du zum Rückrundenstart gegen Essen aber fehlen. Ja, das wird noch ein bisschen eng bis zum Wochenende, aber ich sitze auf der Tribüne und drücke die Daumen. Genau. Und die Kapitänin übernimmt Verantwortung bei den FC Bayern-Frauen. Deswegen ist sie auch so wichtig auf dem Feld. Und wir stellen jetzt einmal Melanie Beringer vor. Sie ist das Herzstück der Bayern-Frauen. Melanie Beringer. 125 Spiele für den FC Bayern München. 31 Tore. Eine Frau mit Power. 2008 wechselte die 32-Jährige vom SC Freiburg zu den Bayern. Damals schon volksnah und sympathisch. Nach zwei Jahren aber der Wechsel zum ersten FFC Frankfurt. Vier Jahre in der Main-Metropole genügten, um 2014 wieder zu ihren Bayern zurückzukehren. Es war nicht nur eine Rückkehr in ihre alte Heimat, sondern auch der Startschuss für titelreiche Jahre mit den Bayern-Frauen. Als Kapitänin führte sie das Team von Trainer Thomas Wörle zu zwei deutschen Meisterschaften und greifte endgültig zur absoluten Führungsspielerin. Die Weltmeisterin von 2007 bringt gute Laune ins Bayern-Team. Besonders breit war ihr Grinsen nach dem Olympiasieg 2016 in Rio zusammen mit vier Bayern-Mädels. Da gibt es sogar ein Sonderlob von den Bayern-Profis. Die gelernte Bürokauffrau geht nicht nur auf dem Platz voran, sondern übernimmt auch abseits des grünen Rasens Verantwortung. Im Trainingslager in Doha besuchte sie eine deutsche internationale Schule, tauschte sich mit rund 70 Schülern aus. Melanie Behringer blickt über den Tellerrand hinaus, dient dabei ihrem Trainer Thomas Wörle als Bindeglied zur Mannschaft. Sie ist eben das Herzstück der Bayern-Frauen. Stefan Gabel, du sagtest, du bist das Herzstück dieser Mannschaft, das Bindeglied zwischen Trainer und Team. Siehst du das auch so? Ja gut, ich glaube, als Kapitänin habe ich auch die Aufgabe, als Bindeglied zu agieren zwischen Trainer und Team. Aber ich glaube, gerade bei uns in Bayern macht uns das Team aus, dass wir als Team einfach stark sind. Ich glaube, wir haben nicht so gute Einzelspieler wie Wolfsburg und gerade das macht uns eben stark, dass wir als Team super zusammenarbeiten. Du bist jetzt eine der erfahrensten, erfolgreichsten Sportlerinnen in dieser Mannschaft. Wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Wann hast du mit Fußball angefangen? Mein Vorteil war vielleicht auch, dass ich vier Brüder habe. Deshalb habe ich schon ganz, ganz klein angefangen. Ich glaube, in der E-Jugend bin ich dann in den Verein gegangen, bei den Jungs. Habe da dann die E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend durchlaufen und bin dann eben zu Frauen gewechselt. Habe da noch in der Verbandsliga gespielt, drei Jahre. Und ab dann 2003 war es, glaube ich, habe ich dann bei Freiburg angefangen in der Bundesliga. Das waren dann so meine ersten Jahre, wo ich dann Erfahrung sammeln konnte. Du bist als Kapitänin natürlich in der Verantwortung. Hast viel Verantwortung. Wächst man da rein oder warst du schon immer jemand, der so Verantwortung übernommen hat? Teils, teils. Ich glaube, als junge Spielerin kann man schön an den älteren Spielerinnen aufsehen. Und auch irgendwie kriegt man schon mit, wie sie manche Sachen einfach anders lösen, wie vielleicht jüngere Spielerinnen. Deshalb, glaube ich, wächst man da einfach in der Aufgabe. Und ja, als ich nach München gekommen bin, wurde ich dann Kapitänin. Und dann ist es natürlich schon eine andere Aufgabe, nochmal als nur Spielerin zu sein. Ja, aber ich glaube, ich habe gute Helferinnen bei mir in der Mannschaft und deshalb machen sie es mir eigentlich ganz einfach. Jetzt haben wir gerade Olympische Spiele. Schaut man die eigentlich anders, wenn man zu Hause eine Goldmedaille hat? Nee, nicht wirklich. Ich interessiere mich schon für die Olympischen Spiele. Ich schaue mir auch zum Teil Wettkämpfe an, wenn es zeitlich passt. Aber ich bin dann sehr neutral und sehr entspannt vor der Couch. Das Turnier an sich, weil jeder träumt ja von Olympia. Ist das so besonders, wenn man da ist? Ja, definitiv. Das sind so viele Sportler, so viele Sportarten auch aus verschiedenen Nationen. Ich glaube, so etwas gibt es nirgendwo, dass wirklich so viele Sportler auf einmal an einem flexend und dann auch alle wirklich für das eine Land kämpfen. Und deshalb war das definitiv das schönste Erlebnis auch für mich. Wir haben schon darüber gesprochen, Sonntag geht es gegen Essen wieder los mit der Rückrunde. Ihr habt drei Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Was ist drin in dieser Saison? Ja, ich glaube, wenn man jetzt auch die Vorrunde sieht, ist, glaube ich, noch alles drin in der Runde, weil sich die Mannschaften gegenseitig die Punkte auch klauen. Es sind drei Punkte auf Wolfsburg, aber ich glaube, drei Punkte sind machbar. Trotzdem wissen wir, es wird richtig schwer. Jetzt haben wir auch gleich ein gutes Programm mit Essen und Freiburg. Die sind stark. Die haben jetzt beide schon zwei Spiele gehabt. Sie sind definitiv schon in einem besseren Rhythmus wie wir. Trotzdem wissen wir, das ist unser erstes Spiel am Sonntag. Wir werden alles geben und ich glaube, die Mannschaft hat sich auch sehr, sehr gut vorbereitet. Genau, Vorbereitung. Auf Stichwort, ihr wart in Doha zum ersten Mal. Du warst mit dabei, hast deine Reha durchgezogen. Jetzt hat man ja einen ganz anderen Blick, wenn man die anderen trainieren sieht. Wie hast du das von außen gesehen? Wie weit ist die Mannschaft? Ja, erstmal war es schon komisch, nebendran zu sitzen und nur zuzuschauen. Aber trotzdem kann ich sagen, die haben es richtig gut gemacht. Die waren alle sehr, sehr motiviert dabei. Klar ist es dann auch normal, dass nicht alles klappt am Anfang. Auch die neuen Spielerinnen mussten integriert werden. Aber ich glaube, am Ende vom Trainingslager konnte man wirklich sagen, wir sind vorangekommen. Und deshalb bin ich absolut positiv gestimmt, dass am Sonntag ein Dreier rauskommt. Sehr gut. Doha, das Trainingslager an sich, wie hat das auf dich gewirkt? Ja, total super. Also das Trainingsgelände an sich ist Wahnsinn. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Alle Plätze direkt am Hotel, der Kraftraum mitten in den Plätzen. Ja, das war einfach total professionell. Wir konnten uns super vorbereiten und deshalb auch mal noch ein Danke an Bayern. Ja, du hast die Deutsche Internationale Schule besucht. Gibst du gerne deine Erfahrungen an Jüngere, auch an Kinder weiter? Ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig für die Kinder, dass sie wissen, was eventuell auf sie zukommt. Ja, das war für mich total interessant in der Schule. Ja, was für Fragen kamen. Also die waren total offen, wissbegierig und natürlich macht man sowas dann sehr, sehr gerne. Könntest du dir vorstellen, mal Trainerin zu werden? Also ich habe den B-Schein. Ich überlege, ob ich den A-Schein noch mache. Aber im Moment weiß ich nicht wirklich, ob ich das machen will oder eher so ins Management. Management, auch eine schöne Angelegenheit. Dann in welche Richtung? Schon irgendwie, wenn ich bei Bayern im Frauenfußballbereich bleiben könnte, wäre schon schön. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ich möchte noch ein, zwei Jahre Fußball spielen. Und dann, ja, wenn es aber dann in die Richtung geht, wäre ich schon sehr, sehr froh. Genau, ein, zwei Jahre. Da kann man noch einige Titel gewinnen, Melanie. Setzt du dir irgendwelche Ziele? Sagst du, ich möchte diese Saison mindestens Platz zwei haben, wenn wir für die Champions League qualifiziert sind? Oder wie machst du das? Also ich persönlich setze mir eigentlich immer die höchsten Ziele. Ich wollte dieses Jahr auch Meister werden, Pokalsieger und Champions League. Champions League ist leider schon weg, unglücklicherweise. Aber ich glaube, die anderen Ziele sind wirklich noch machbar. Und deshalb gehe ich so in die Rückrunde rein. Maximales Ziel. Und ja, das wollen wir versuchen. Wenn schlussendlich dann der zweite Platz, würden wir uns wieder für die Champions League qualifizieren. Das ist, glaube ich, auch ein richtig gutes Ergebnis. Melanie, wir wünschen dir alles Gute dafür, dass du auch wieder schnell wieder auf dem Platz stehst, dein Team mitreißen kannst. Und dann hoffen wir natürlich auf gute Erfolge. Vielen Dank, Melanie Behringer.